So könnte das Spiel Stuttgart gegen Dortmund laufen. Das ist meine Traineranalyse und es gibt drei wichtige Punkte. Zunächst schauen wir uns kurz an, was sich unter Basti Hoeneß statistisch verändert hat. Auffällig war der Ballbesitz. Stuttgart in diesem Spiel nur 41 Prozent Ballbesitz. Und interessant, durch die taktische Umstellung immer mehr Flankner. 14 Flanken im Spiel davon, 9 durch Sosa, der sogar zwei Tore vorbereitet hat. Und auch lange Bälle sind kein Tabu mehr. Lange Bälle ein Stilmittel, um die gegnerische Mittelfellkette und den Sturm zu überbinden. Wenn ihr tiefere Informationen wollt, dann schaut ihr auf unsere Seite tiefenlauf.de zu diesem Spiel. Schauen wir uns kurz die drei Punkte an, die für Stuttgart wichtig sein werden, um erfolgreich aus diesem Spiel zu gehen. Der erste Punkt, Kompaktheit. Was ist mit Kompaktheit gemeint? Und zwar hier einmal die äußere Kompaktheit. In der neuen Grundordnung der Stuttgarter. Wahrscheinlich spielen sie wieder im 5-2-3. Aber auch die innere Kompaktheit, das heißt der Abstand hier zwischen den Sechshand. Wenn die Spieler eng zusammenstehen und Dortmund hier ins Zentrum reinspielen möchte, kommt Stuttgart zu Balleroberen. Der zweite Punkt, der extrem wichtig sein wird, ist die Tiefenverteidigung der Stuttgarter Fünferkette. Fünf Spieler können Tiefe besser verteidigen. Ich gehe davon aus, dass die Dortmunder wieder immer wieder versuchen, hinter die Stuttgarter Kette zu laufen. Aber schön zu sehen in diesem Beispiel ist einfach, dass jeder Spieler der Stuttgarter einen Spieler der Dortmunder aufnehmen kann, um die Tiefe zu verteidigen. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, der für die Stuttgarter wichtig sein wird. Und wir hatten es gerade an der Glasplatte gesehen. Die Flanken. Interessant. Wenn eine Mannschaft wie Dortmund mit einer Viererkette gegen zwei Schienen und drei Spitzen spielt, dann ist extrem auffällig, dass meistens der Außenverteidiger der Viererkette zwei Gegenspieler hat und sich immer wieder binden lässt. Und das kann sich Sosa beispielsweise zum Vorteil machen, wenn er den Ball bekommt, dass er hier Flanken rein spielt. Und auf der gegenüberliegenden Seite besteht genau das gleiche Problem. Der entfernte Außenverteidiger orientiert sich oft am Außenstürmer. Und wie im Spiel gegen Bochum hat Wagnermann ja auch ein Kopfballtor erzielt, kann der entfernte Schienenspieler mit in die Box reinrennen. Und dann sind es teilweise vier Spieler, die bei Flanken in der Box sind. Schreibt in die Kommentare, wie ihr glaubt, dass das Spiel ausgehen wird.